Ich habe gerade gesagt, am Anfang gesagt, ich komme auf das Wort Rosenmontag zurück und habe für den Fasching für diesen Jahres Folgendes gefunden. Im Karneval ist es Sitte und auch guter Brauch, man steigt die Debut und ich tue es auch. Ihr lieben Brüder und auch Schwestern, es ist die Fastnacht, ich darf lästern. Ihr wart sicher, ihr wartet sicher schon darauf, heute haue ich auf die Pauke drauf. Zum Spaßen steht mir nicht der Sinn, weil ich doch oft in Sorge bin. Die einen lieben Schwestern und Brüder hätten sich wahrscheinlich gefreut, wenn die Predigt so weiter ginge. Etlich kommt die Welt in die Kirche. So wird mancher vielleicht gedacht haben. Aber andersherum, sind wir denn bereit, auch den Glauben in die Welt hineinzutragen, wie die Welt in die Kirche kommen soll? Die anderen werden gedacht haben, oh nein, Karneval jetzt auch schon in der Kirche, jetzt auch schon bei der Montagsmesse. Da ist die Kirche der einzige karnevalsfreie Ort und dann eine Büttenrede. Wir würden lieber eine ordentliche Predigt hören oder vielleicht sogar eine Moralpredigt, besser noch eine Höllenpredigt. Die Lesung aus dem Buch Genesis könnte man, wenn man wollte, in diese Richtung betrachten. Wenn wir ehrlich sind, so sind doch auch die meisten Karnevalspredigten eher eine Moralpredigt. In Versform wird nett verpackt, was man sich sonst nicht zu sagen getraut. Häufige Opfer solcher Moralpredigten sind zum Beispiel die Messdiener und ihr Nichterscheinen zum Dienst oder deren pflegelhafte Haltung am Altar, der schlechte Kirchenbesuch und das Benehmen der Kirchenbesucher, der Verfall der Moral, die schlechten Predigten. Man könnte die Reihe fortsetzen. Die katholische Narrenfreiheit kommt nicht von ungefähr, liebe Schwestern und Brüder. Ein Blick in die Geschichte zeigt nämlich, der Karneval hat als Fest der verkehrten Welt eine unverrückbare Stellung im christlichen Kalender. Unlösbar ist es mit dem Aschermittwoch und der folgenden Fastenzeit verbunden. Ohne diesen Hintergrund wäre der Karneval auch gar nicht denkbar. Das närrische Treiben und zahlreich damit verbundenen Karnevalsbräuche, die in diesem Jahr leider Gottes etwas schwach ausfallen müssen, können sich nachweislich auf das Zwei-Staaten-Modell des heiligen Augustinus berufen. Reich Gottes in Civitas Dei gegenüber dem Reich Satans, Civitas Diaboli. In einer kurzen Zeit eben im Karneval kann das vergängliche Reich Satans sich in aller Flüchtigkeit, Farbigkeit, mit drastischen Übertreibungen und Narrenprunk entfalten. Insbesondere tun das ja die Alemannen ganz gerne mit ihren ziemlich, sagen wir mal, interessant ausschauenden Masken. Und so war es die Sicht und die Vorstellung im Mittelalter auf jeden Fall. Und Karneval wurde damals dementsprechend auch deftig gefeiert. Deftiger noch als heute. Animateure und Karnevalsdesigner können sich das gar nicht vorstellen in unseren Tagen. Es gab sogar päpstliche Empfehlungen, so zum Beispiel die von Papst Martin IV. im Jahre 1284. Die Gläubigen sollten etliche Tage, Fassennacht halten und fröhlich sein. Geiler von Kaiserberg, ein Franziskaner Prediger am Straßburger Münster, meinte sogar, die christliche katholische Kirche erlaubet eine ehrliche Rekreation und Fröhlichkeit, damit ihre geistliche Kinder desto williger seien, die heilige Fasten zu halten. Und am Collegium Germanicum in Rom wurde jährlich ein Narrenkönig gewählt. Dieser Narrenkönig führte während des Karnevals das Regiment in diesem Priesterseminar. Und 1993 hat der Münchner, damalige Münchner Erzbischof Friedrich Kardinal Wetter den Karneval als heitere Revolte gegen niederdrückende, auslaugenden Stress bezeichnet. Er verschaffe gesunden Realismus, damit wir uns nicht wichtiger nehmen, als wir tatsächlich sind. Leben aus dem Glauben ist näher am wirklichen Leben, als manche Zeitgenossen denken. So lasst uns darum, liebe Schwestern und Brüder, Salz für die Welt sein, damit unsere Zeitgenossen sich nicht in dieser vergänglichen Fröhlichkeit verlieren, sondern die unvergänglichen Freuden in Gott wieder neu finden. Ach, wer der Glaube von Interesse, wie Fußball, Hobby, Gartenkresse, dann zeigtet ihr den Weg zum Leben, es würde viel mehr Christen geben. Ein jeder dann die Freude spürt, die von dem größten Schatz her rührt. Von Gott, wir loben seinen Namen. Nun ende ich und sage Amen.